Jobwechsel, Weiterbildung, nachträglicher Schulabschluss In Österreich gibt es für erwachsene Menschen viele Wege und Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Sie haben noch Fragen rund um Ihre persönliche Weiterbildung und Berufsorientierung? Dann lassen Sie sich beraten und finden Sie das passende Beratungsangebot im Beratungswegweiser für Bildung und Beruf. Hier zeigen wir Ihnen nicht nur, wo sich mögliche Beratungsstellen befinden, sondern auch, welche Art von Beratung jeweils angeboten wird. Doch wir benutzen Sie den Beratungswegweiser am besten. Schauen wir uns das einfach gemeinsam am Beispiel von Nina an. Nina sieht nun die Startseite des Beratungswegweises in Desktop-Ansicht vor sich. Sie hat sich kürzlich dafür entschieden, einen neuen Berufsweg einzuschlagen, hat dazu aber noch einige offene Fragen. Unter dem Menüpunkt Meine Frage zu wählt sie sich deshalb das Themenfeld Neuorientierung und Umschulung aus. Hier findet sie Infos und Fragestellungen zum Thema Neuorientierung und Umschulung und gleich darunter findet sie eine Auflistung möglicher Beratungsangebote, an die sie sich wenden kann. Nina lebt in Graz in der Steiermark. Deshalb sortiert sie mit dem Bundeslandfilter gleich nach den Beratungsangeboten, die sich in ihrem Bundesland befinden. Weil sie sich außerdem in einem persönlichen Gespräch austauschen möchte, drückt sie auf den Button Beratung vor Ort. Bei den einzelnen Angeboten wird Nina nun angezeigt, wo sich die Beratungsstelle befindet, ob eine Terminvereinbarung notwendig ist und welche Art von Beratung angeboten wird. Weil Nina in Graz wohnt und den Namen eBob Café ansprechend findet, drückt sie auf dieses Beratungsangebot, um mehr Infos zu bekommen. Nun wird Nina noch eine genauere Beschreibung des Angebotes und der Beratungseinrichtung angezeigt. Sie erfährt, wie und wo sie sich anmelden kann und was sie dort erwartet. Nina möchte sich auch noch andere Beratungsangebote ansehen und drückt deshalb auf Zurück zu den Angeboten. Nun ist es fast geschafft. Nina kontaktiert die Beratungsstelle ihrer Wahl und schon bald hilft ihr jemand dabei, Antworten auf all ihre Fragen rund um die Themen Bildung und Beruf zu finden. Sind auch Sie neugierig geworden? Dann suchen Sie gleich nach einer Beratung Ihrer Wahl und vereinbaren Sie einen Termin. Ergreifen Sie die Chance auf Weiterbildung, denn Bildung wirkt. Ergreifen Sie die Chance auf Weiterbildung, denn Bildung wirkt.